20. November, auch heute wieder. Heute war der Brandgeruch hinten, Rochas Rochas zu riechen. Tja, ist schon geliegen. Das ist alles nicht schlecht. Und schaut mal hier wieder die schöne Sonne. Ist das nicht ein Sonnenaufgang? Tja, schöner Sonnenaufgang schon. Bloß in Verbindung mit diesem Scheiß ist das kein schöner Sonnenaufgang mehr. Auch heute wieder Kiffer und Kopfschmerzwetter. Schaut euch das an. Das ist geliegen.